Als Trainee bist du Fach- oder Führungskraft von morgen und bekommst super viel wertvollen Input, zum Beispiel durch Workshops oder Training. Im Gegenzug solltest du aber auch ein hohes Maß an Eigeninitiative und Proaktivität mitbringen, um deine Karriere voranzutreiben. Du bist von Beginn an gleichwertiges Teammitglied und bekommst eigene Projekte mit sehr viel Verantwortung. Wir Trainees fungieren als Botschafter im Unternehmen und treiben Veränderungen voran. Du solltest also auch Spaß daran haben, mal outside the box zu denken und neue Wege zu gehen.